Die Sehnsucht ist unglückliches, entzweites Bewusstsein. Meine Sehnsucht ist Juan. Juan Giberto, der Sänger und Gitarrist, der der Welt vor über 50 Jahren die Musik der Bussaner war geschenkt hat. Seit 30 Jahren verschlägt er sich in seinem Zimmer wie ein Gespenst. Juan, wo bist du? Manche sagen mir auch, dass du mit dem Kabelus von Juan Giberto bist, oder? Der Kabelus. 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 Warum einen Mann finden, der ganz offensichtlich nicht gefunden werden will? Niemand, der Juan traf, kann ihn wirklich vergessen. Weil er die Sehnsucht selbst ist. Das ist sein Fluch. Das ist Bossa Nova. Der Kabelus. Er hat sich verschwindet. Er ist. Der Kabelus. Der Kabelus. Ja er ist hier. Die Anrufe.